Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Herzlich willkommen zur 12. Folge von Ghostrunner. Wir haben neue Verbesserungen. Schau mal einen an. Wir haben... Was bekommen wir hier? Während des sensorischen Boosts vergeht die Zeit sehr viel langsamer. Die passive Fokus-Generationsrate wird stark erhöht. Abgewährte Projektile laden die Fokusleiste auf. Oder du bist während des Sprints immun gegen Schussverletzungen, aber die Abklingzeit wird erhöht. Ähm... Packen wir mal den raus. Packen wir mal den Blitzkollegen raus. Den lass ich mal. Wenn zweiter mehr Gegner mit Sturm getötet werden, wird der verbrauchte Fokus sofort zurückerstattet. Ja, das kann ich eigentlich lassen. Ähm... Der gefällt mir. Mehr Abklingzeit für Sprint. Aber... Äh... Sag jetzt... Aber... Mehr Abklingzeit. So, wo würde das am besten hinpassen? Vielleicht so. Wenn man hier Boni aus Cybervoid Ablinks halten viel länger. Da ist so... Und dann würde der noch abgewährte Projektile. Aber die interessieren mich nicht. Um Schwert getroffene Projektile interessieren mich auch nicht. Ähm... Gegner werden zu besseren Sichtbarkeiten umrandet. Der gefällt mir eigentlich. Den würde ich gerne beibehalten. Vielleicht... Ja, nee. Den kann ich nur hier platzieren. Gefühlt. Wirklich nur. Wie will ich es sonst machen? Vielleicht so? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ähm... Sturm. Eine deutlich größere Reichweite. Werde Projektile. Äh... Immunität. Könnte man vielleicht so machen. Dann... Boni... Boni halten. Ah, nee. Das geht nicht. Sturm hat eine größere Reichweite. Nee. Der... Nee, der passt nicht. Das ist verkehrt. Ähm... Vielleicht so. Nein, auch nicht. Boni aus Cybervoid. Äh... Nee, auch nicht. Auch nicht. Der könnte passen. Aber was ist das? Das ist abgewährte Projektile. Laden die Fokusleiste auf. Ich weiß halt nicht, wie ich die abwähren kann. Die Abklingzeit des Springs wird deutlich verringert. So. Dann werde ich hier die Abklingzeit von Spring erhöhen. Und hier aber gleichzeitig deutlich verringern. Da heißt, die bleibt ordentlich. Handschuhe. Habe ich noch keine gesammelt. Okay. Waffen habe ich... Ja, nehme ich weiterhin das. Ja. Weiter geht's. Who the fuck are you? Who was that? It's your... Counterpart. But after it... We need that data. Uuuuuh. Okay, ich hab's zu spät gemerkt. Ich hab's zu spät gemerkt. So. Aber wa... Jesus Christ. So, geht doch. Can you track it? I can track the wave of interference that moves through the district. Und hopp. Why? What is it? I don't know. Wohin? Da. Oh no. Oh, alles nochmal. Really? Idiot. So. Und hopp. So. Alle hopp. Boah, ist doch geklappt. So. Ich geh jetzt da hin. So. Äh. Ah. Ja. Wie will ich das denn alles machen auf einmal? Lol. Mann, das ist erst das Elfte von 17 Leveln. Mann, das ist ja noch Kindergeburtstag, was jetzt hier abgeht. Ja, guck mal. Ich kann's von hier aus schon. Ne, was ist denn da hinten? Keine Ahnung, Mann. So. Ja, es hat mir wieder nix gebracht. Fucking hell. Und das ist, da hab ich ja mittlerweile den Dreh raus. Das ist ja Kindergeburtstag hier. So. Hopp. Okay. Geht das nach... Ah. Oh. Ich muss, glaub ich, so. Ich muss tatsächlich da nach drüben, ne? Okay. Also, muss ich wirklich hier nach drüben, oder? Fuck me, hier ist ja gar nichts. Oder was haben wir hier? Muss ich jetzt hier drauf aufklettern, oder? Hä? Habe ich was falsch gemacht? Fucking hell. What am I supposed to do? Geht's hier irgendwo rein, oder so? Ach, ich dreh durch. Wirklich. Ich krieg Krämpfe. Krämpfe krieg ich. Neu Start vom Checkpoint. So. Kann doch wohl nicht sein hier. Ich glaub, ich hab schon ne Idee, wie's funktioniert. Aber das stell ich mir irgendwie verdammt schwierig vor. So, bewegt den Kollegen mal. Es geht nicht anders. Ah, okay. Ja, ja, ja. So. Idiot! Gut gerettet. What? Fucking gut gerettet. Hoah. So, lass mich bitte die Hände trocknen. Oh Gott, das war ne schwitzige Angelegenheit, du. So, hoch mit dir. Komm her. So, da sehen sie mich nämlich nicht. Langsam, 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 langsam. Okay. Okay. Oh scheiße, das ist so einer Wunderbar Fuck me, ich musste ihn zuerst erledigen So Wunderbar Oh, erledige doch das Ding Danke So, und jetzt Kann ich hier hoch? Kann ich Wunderbar Oh, jetzt hätte ich noch Oh, der Samurai war noch da Oh my god Okay So, schieß du So, der Samurai Jetzt vergesse ich ihn nicht So, komm Wunderbar Ghostrunners have adaptive cybercamouflage Surveillance cameras, motion sensors, body scanners Ah Oh scheiße, wie lange ist das aus? Lange genug Na gut Oh je Okay Okay Oh je, Mine Oh 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 no Es war so gut Es war so ein guter Versuch zuerst So, komm Zack Zack Okay Und hopp Sehr gut Und weiter Hör Aber wie denn Achso Jetzt ist es in meinem Zug drin Okay Warum nicht? Alter Schwede, du Okay Komm her Komm schon Aua Weißt du was? Ah, ich kann den Stub nicht aktivieren Scheiße Okay Lass mich zuerst mal hochgehen Oh scheiße So, komm her So, Nummer 1 ist erledigt Ist er der Pistole? Ja Fuck me Komm her Komm Hallo Ey Okay, das war schlecht Ja man, Baby Wunderbar Ja man Wunderbar Ja Direkt reingelaufen Okay Direkt ins Schwert rein Auch gut Sag mal Ich hab doch jetzt abgewährt Was ist denn dein scheiß Problem? Fuckin hell Dann geh da rauf So Ja, super Komm, weich dem Kollegen hier mal aus So Okay Komm her Ich hab gesagt Komm her Musst du zuerst Abstand nehmen oder was? Ja man Hop Was ist dein Problem? Sag mal So Du Wunderbar Geht doch Warum der andere nicht wollte, ist mir ein Rätsel Naja Mir ist's egal Ja Ja, eine Oh scheiße Ey, sollte man vielleicht auch ausweichen, hä? Oh Kann ich einfach hier unten bleiben? Kann ich Also weiß ich aber nicht, wann ich Oh, schon wieder das gleiche Schild war's Ja, ich mach das so Oh Es sieht so schmerzhaft aus So Ah Immer das gleiche Uh, nein, ich vom Nein, ich runter vom Zug Du Idiot Okay Machen wir das mal so Okay Wow, wow, wow Es wird immer komplizierter hier Oh Oh Fucking idiot Ja, ich fluche viel Ich kann das ja so lösen jeweils, ne? Hm Ja, okay Oder auch nicht So Oh Das war jetzt nicht der Brain Lag von meiner Seite Okay Weiter geht's in der Geschichte Das ist gut Das ist schon besser Aber wo soll ich denn hin? Ah, nach unten Okay Fick die Henne Aber ich bin jetzt wenigstens hier unten Komm schon Ja, super Komm her Wunderbar Okay Dann halt nicht Ja, Mann Okay Neuer Versuch Komm her, mein Kleiner Aber Hallo Ja, das war sensationell Super Einmal mehr Okay Das war Brain Lag Fick mich doch Fick mich doch Ah So Und weiter geht's Ja, ja Und jetzt Ah So hoch Okay Checkpoint Ja, danke dafür Thank fuck for that Oh, what? Soll ich denn da drüber springen? Ah, es geht Aua Ha, 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 ha Okay So Oh Oh, oh Gott Nein Das wäre der letzte Sprung gewesen Du Idiot Oh Ach, Herr Jemine Unangenehmes Level Unangenehmes Level So Checkpoint Danke Komm her mit deinem Schwertchen Komm, komm Oh, gleich zwei Ja Mach was so Komm Spring her Sehr gut Du auch Oh, der hat auch ein Schwert Okay Voll durch die Kehle Ah Das war das Level Schneller Puh Das war eine tödliche Zugfahrt 45 Tote 13,5 Minuten Ja Dann sehen wir uns morgen wieder Bei der nächsten Mission Danke fürs Zuschauen, meine Lieben Macht's gut Tschüss Das war das Das war die Kehle Das war die Kehle Das war die Kehle